Wir sind hier, um ein Camp anzukündigen. Es geht um das ZTECO. Hier sind ein paar Leute aus der Orga. Sie werden mir ins Wort fallen, wenn ich etwas Falsches erzähle. Jetzt haben wir ein Bild. Folie 1. Es geht um das ZTECO. Das steht für das Zeltlager für Technik und Computerfreunde. Vielen Dank. Bald habe ich auch meine Notizen. Vielen Dank. Tut mir leid. Also, es geht um ein Camp in der Schweiz. Vielleicht habt ihr auch schon die Plakate gesehen. Die sind unserem Marketing-Team zu verdanken. Wir veranstalten ein Camp in Schaffhausen. Das ist in der Nähe vom Rheinfall, aus der Nähe vom Bodensee, Ausflussende. Es geht um ein Zeltlager, organisiert von Hacker und Makerspaces aus der Deutschschweiz und der Umgebung vom Bodensee. Mit der Mithilfe von vielen Leuten aus ganz Norddeutschland. Es ist die Idee, dass es ablaufen wird wie ein CCC-Camp, offen für alle Technikinteressierten. Also, Hacker, Maker, Erfinder, Bastler, Künstler. Stattfinden wird es in zwei Monaten. Ihr habt es schon gesehen. Es ist ja auf der Folie. 21. Juli bis 24. Juli. Also schon in zwei Monaten. Meldet euch bald an. Wir sind auf einem Feld in der Nähe von Schaffhausen. Auf dem Feld in Schaffhausen, in der Nähe vom Rheinfall, auf der Rennbahn Griesbach. Ich versuche gerade noch eine etwas bessere Karte hervorzuholen. Geht das? Tasten funktionieren. Sehr gut. Wir sind jetzt Karlsruhe. Hier. Das Camp findet hier statt. Also gleich über der deutschen Grenze. Zweieinhalb Stunden von hier. Sehr gut. Wir haben fliessend Wasser. Strom, Internet. Es liegt eine Glasfaser irgendwo auf dem Feld. Es kommen 125 Ampere aus dem Boden. Für Essen ist gesorgt. Wir haben Platz für Zelte und Camper. Wir haben etwa einen halben Quadratkilometer. Das eingerahmte Feld. Meldet euch per E-Mail, wenn ihr Ideen habt, wie wir das nutzen können. Wir werden nicht alles brauchen an der Fläche. Längst nicht. Die Adresse steht im Wiki. Die Informationen sind dann am Ende nochmals. Wir haben eine Launch. Wir haben ein Hackcenter. Wir haben Platz für Vorträge, für Workshops. Vielleicht ein Bällebad, wenn das organisiert wird. Vielleicht noch eine Launch. Der Ticketverkauf ist offen. Bitte meldet euch bald an. Wir werden das Camp organisieren können. Aber je früher wir wissen, wer alles kommt, was ihr mitbringt und wie viele Leute ihr seid, je mehr können wir planen und je mehr Geld haben wir zur Verfügung, um coole Dinge anzukarren. Die Kosten sind 128 Schweizer Franken. Das sind etwa 115 Euro zur Zeit. Es ist in der Schweiz. Es ist etwas teurer. Falls das ein Problem ist für jemand von euch, meldet euch bei uns per E-Mail. Es gibt immer eine Lösung. Und wir freuen uns über alle, die teilnehmen können. Wir werden froh sein, wenn wir bestimmt eine Lösung finden. Wir brauchen eure Hilfe, damit es ein richtig cooles Camp wird und nicht nur eine Wiese mit Leuten und Zelten. Wir haben einen Call for Participation offen zur Zeit. Die Deadline ist in einem Monat. Wir sind froh, wenn wir möglichst viele Einsendungen haben bis dann. Was auch immer ihr tun wollt, sei es Workshops, Vorträge, Foodhacking oder andere Content, wo ihr etwas tun wollt oder vielleicht wollt ihr etwas mitbringen und hinstellen, irgendwelche Installationen, Aufführungen, Deko, Musik. Schreibt uns eine Mail. Wir haben genug Platz. Fast die ganze Orga ist auf der GPN. Die Namen sind im Wiki, im GPN-Wiki bei den Lightning Talks aufgeführt. Nochmals, die Deadline ist in einem Monat. Bitte meldet euch bald. Wir sind per DECT erreichbar. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Dann werden wir uns hoffentlich dann sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.